Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Planet Crafter. Oh shit, die Kometen schlagen wieder ein. Ich hoffe mal nicht hier jetzt übrigens. Oh, ich hab keinen Platz mehr. Warum hab ich keinen Platz mehr? Nein! Nicht kaputt machen wir alles. Was demolieren? Nein, ich will es nicht demolieren. Hier. Alter. Was? Weg, Tube 2 hab ich bekommen. Oh, kann das bitte mal aufhören? Platzierung. Ja, Weg, Tube 2. Okay, mehr Sauerstoff wird erzeugt. Oh, ich find das so beklemmend, dass die ganze Zeit jetzt hier Sachen einschlagen. So, was macht das? Mehr Energie. Kann das mal aufhören bitte? Mehr Sauerstoff wird erzeugt. Kobalt brauche ich hierfür. Ich mach mal jetzt volle Kanne mehr auf Energie gewinnen. WTF? Was ist hier passiert? Die Kometen, die bringen also auch Materialien mit sich? Oder wie soll ich das verstehen? Okay. Okay. Sonne. Zack. So. Mein Planetenindex bei 2,5 gleich. Dann gucken wir mal. Dann müssten wir eigentlich... Ja, Rucksack 3. Geil. Wer ist denn hier bei dem Fabrikator? Ja. Aluminium und meinen zweiten Rucksack brauche ich noch. Warte mal, habe ich da noch irgendwo Aluminium? Ja, perfekt. Da muss ich jetzt auch was ablegen, ne? Samennahrung Eisen. So. Äh, was brauche ich dafür? Warte, wir gucken nochmal. Ja, erstmal schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Titan, Silizium und Aluminium. So. Boah, fett. Gleich mal viel mehr Platz hier. So. Ja, es geht weiter mit Planet Crafter. Ihr wolltet ja noch ein bisschen was sehen. Habe ich gehört? Habe ich gehört? 17.000 KI brauche ich dafür. Also KTI. So, Sauerstoff. Innenleiter. Heizung bekomme ich bei... Ja, sehr gut. Wärme. Wie viel? Bei 2000 gibt es dann den Bildschirm für Fortschritt. Die Vectube 2. Was brauche ich dafür? Silizium noch mehr. Silizium. So, passt die hier rein? Ne. Ah, ah. Knapp, aber geht. Alles klar. Mehr Platz. Essen. Wie mache ich eigentlich Essen? Ne, ich will nicht demolieren. Wie kann ich mir Essen nochmal herstellen? Da gibt es gar keine Möglichkeit, oder? Ich muss Essen anpflanzen wahrscheinlich. Also sollte ich vielleicht nicht so verschwenderisch damit sein. Mal gucken. Iridium habe ich noch ein bisschen was. Das hat so ziemlich alles drin. Eisen. Hier ist auch so ziemlich alles drin. Und Essen. Warum auch immer ich da Essen reingepackt habe. So, Sauerstoff nehmen wir mit. Wasser. Und jetzt gucke ich erstmal, dass ich wieder ein paar Sachen sammle. Ein bisschen Rohstoffe einpacke hier. Da kommt die Tarn. Eisen. Silizium. Alles mitnehmen. So. Können sammeln. Was haben wir hier noch? Ich lege das eigentlich jedes Mal direkt bei mir ein. Die Kometen. Da könntest du ja auch alles kaputt machen, was ich gebaut habe. Das wäre ziemlich unpraktisch. Muss ich sagen. Wäre ziemlich unpraktisch. Will ich da auch aufs Dach stellen eigentlich? Oh, kann ich. Nice. Kobalt. Okay. Sondern Kollekteure. Warte mal. Die Treppe. Auch nur Eisen. Ah, komm. Die kann ich auch da hinten dran bauen. Einfach. So. Jetzt habe ich kein Eisen mehr. Fantastisch. Ja, schade, dass man Sachen... Oh, mein Sauerstoff ist gleich leer. Schade, dass man Sachen nicht einfach... ...weiß ich nicht rumschieben kann. Das wäre total gut. Wäre total gut. Oh. Bora 2. Geil. Aluminium. Wir haben noch viel Platz. War das noch eine Kiste? Was war in der Kiste? Wie viel Eisen man auch braucht, ne? Oh, gut. Aufgelöst. Was braucht denn der Bohrer? Bora 2. Titan und Eisen. Ich glaube, die Wind kann... Die Winterlage kann ich da bald... ...entfernen. Titan. Sehr gut. Energie habe ich jetzt, glaube ich, auch mehr als genug. Und die Windräder, die... ...nehmen einfach nur Platz weg, leider. So. Bora 2. Oh, mir fehlt Titan. Mist. Ist hier noch was? Da sehe ich was. Titan. Magnesium. Wo ist noch... Da ist Titan. Na? Oh, Inventar ist voll. Mist. Nein. Das geht. Das geht noch. So. Oh, oh. Uh. Block. So, Bora 2. Was? Warum schon wieder Titan? Ich sammle so selten Titan auf, glaube ich. So. Sehr gut. Kobalt machen wir voll hier. Eisen. So, und wir machen uns mal ein paar Wasserflaschen. Gut. Dass wir auch ein bisschen Wasser haben. Und Sauerstoff. Abbrauch Kobalt, ja. Sehr gut. Was macht denn die Energie? Äh... Wärme. Luftdruck. Sauerstoff. Sehr gut. Oh. Heizung 2 haben wir erhalten. Geil. Ich habe doch gewusst, irgendwann kommt wieder was. Iridium, Silizium, Titan, Eisen, Aluminium. Alter. So. Silizium, Aluminium, Eisen, Titan. Ähm. So. Sehr gut. 4,5 pk erzeugt, die und die nur 0,3 pk. Mach ich mal die Heizung weg. Gibt halt echt Iridium, ne? Der Kram. Titan und Aluminium. Wieder kein Titan, ne? Ne. So langsam müssen wir unser Farmgebiet so ein bisschen ausweiten. Aber es geht halt exponentiell immer schneller, ne? Wenn wir jetzt alles schön bauen und... Und immer die besseren Sachen bauen. Da geht das ratzfatz irgendwann. Pass mal auf. Man sieht jetzt schon die 100er Stelle, wie die hoch tickt die ganze Zeit. Das finde ich auch sehr schön. Aber es sieht so hässlich aus mit den Heizungen hier. Kann ich die auch außen hinbauen? Wahrscheinlich, ne? Ne, kann ich nicht. Obendrauf vielleicht? Auch nicht. Ich muss die ins Gebäude stellen, also. Ja. Das müsst ihr machen. So, Wärme. Wärme, Wärme, Wärme. Geht schon hoch. Das ist so kacke hier. Das sieht so kacke aus, Leute. So, ich baue nochmal eine Vectube 2. Hier hin. Dass ich hier vorne langsam alles wegräume. Und Platz mache so ein bisschen. So. Was braucht eine Vectube 2? Habe ich noch? Oh, Eis brauche ich noch. Sehr gut. So. Wollen wir noch eine hin? Kannst du halt nicht mitten in den Weg stellen. Ich bin total unzufrieden. Aber was willst du machen? So. Jetzt geht das noch schneller. Wärme. Bei 2000 gibt es dann den Bildschirmfortschritt. Was ist das hier? Bildschirm Terraforming. Baupläne. Energieniveau. Ja. Bin schon Fortschritt. Dafür brauche ich nur Kobalt. Ah, ich will mir eigentlich den Schreibtisch hier hinstellen. Das ist so blöd. Brauchen der zwei Eisen. Aber es ist halt nicht schön jetzt gerade vom Platz. Na komm, ist egal. So, Eisen. Gut, dass ich immer so viel Quatsch dabei habe, ne? Äh. Wollen wir den hier irgendwo hinpappen? Ne. So, machen wir den mal hier hin? Ne. Warum sind die auf einmal so groß, die Bildschirme? So. Energieniveau. Aber wenigstens bekomme ich alles zurück. Das finde ich ganz schön. So, wenigstens bekommen wir die ganzen Rohstoffe wieder zurück, wenn ich was zerlege. Wunderbar. Das passt doch jetzt viel schöner hier alles rein. Außer halt, die Vectube ist ein bisschen unpassend, aber sonst. Blauer Himmel. 4,95%. Unfruchtbar sind wir noch. Naja, Wasser, Sauerstoff und so weiter. Und als nächstes Luftfeuchter. Hilft dir den Weg zu finden. Die Luftfeuer. Luftfeuchter wäre auch lustig. Wohnabteil Glas. Glasboden oder Decke für Wohnkapseln. Ja, ist klar, weil der Luftdruck besser ist, ne? So, bei 17,5. Hier Sauerstofftank 3 bei 5000. Brauchen wir noch mehr Heizungen. Eisen und Aluminium. So, perfekt. Oh, hier muss ich alles zuballern mit Sachen hier. Gefällt mir nicht. Aber was soll ich machen? Okay. Nicht genügend Energie. Hobalt und Silizium. Haben wir das Silizium? Ne. Shit. Ich brauche Silizium. Jetzt kommt nämlich alles zum Erliegen. Ach, Mist. Geht gar nichts mehr. Und ich muss so langsam auch mal über eine Nahrungsquelle nachdenken hier. Da habe ich auch mal Platz. Was denn Silizium? Ist da Silizium? Ne, kein Silizium bei. Du bist. Da ist Silizium. Ne, Magnesium. Verdammt. Das ist Silizium. So. Jetzt aber flott. So, wenn ich da die besseren Dinger machen kann für die Sonne, ist das auch wieder fein. Ich bräuchte da bestimmt bald irgendwas hier an Strahlenschutz oder an Schilden, beziehungsweise. Das ist sehr fein. Jetzt geht es weiter. Ich komme, wenn ich mir ein bisschen Silizium noch hole. Wenn es hier noch was gibt. Silizium. Ne. Das sieht mehr so flüssig aus, Silizium. Ja. Das ist schlecht. Das ist schon wieder Nacht hier. Oh ja, ich sehe es. Ah, shit. Oh nein, bitte, bitte schaff es noch. Komm, scheiß drauf. Wir können ja mit Kobalt einfach wieder welches machen. So, komm, noch zwei Silizium. Wenn es geht. Ne, das Magnesium. Was kommt denn da vorne runter? Schaut ja auch heftig aus. Ach, komm schon. Da muss da irgendwo... Ja. Silizium sein. Perfekt. Ich glaube, wenn die Kometen runterkommen, sollte ich auf jeden Fall weg sein hier. Das ist gefährlich. Und ich weiß auch nicht, ob es da immer so einen gewissen Zeitraum für gibt. Ob das normal ist, dass das auf einmal anfängt, Kometen zu regnen zu einem gewissen Zeitpunkt. So. Warum ist das so ein Sonnensegel? Beziehungsweise die Photovoltaikzellen auf dem Dach. Sonnensegel, ist klar. Oh, passen aber gar nicht so viele. So, warte mal. Eine Telefonzelle. Hallo? Hallo? So. Leuchtfeuer. Federationsniveau niedrig. Ach. So. Was? Wollte schon sagen. Hier bleibt einfach mal alles mit Heizung voll. So, das passt schon. Das passt schon. Ähm, Nahrung. Nahrung. Das passt schon. Okay. so, alles weg bisschen Wasser so, perfekt die Redium geht uns leider jetzt aus das ist schlecht so, was haben wir jetzt alles wir haben Übertragungen Eisen habe ich gerade abgelegt wollen wir auch die Wand stellen noch hinten dran stellen ja, kann ich sogar auch wenn es tolle Quatsch ist keine Kommunikationsantenne in Reichweite ach Mist aber wir haben hier eine Kommunikationsantenne Silizium, Eisen, Aluminium kein Silizium, kein Eisen Silizium und Aluminium ja, dann gehen wir nochmal Alu suchen bisschen was, ich bin schon wieder ich habe da gerade gegessen und ich bin schon wieder so weit runter ja ich sag ja, ich verbrauche so viel mittlerweile kein Aluminium hier wie sah denn Aluminium nochmal aus ist die Frage oder so eine Kiste sehr gut vielleicht ist da Aluminium drin perfekt aber kein Aluminium aber kein Aluminium reise das Magnesium Mist Mist, Mist, Mist ich weiß nicht wie Aluminium aussieht aber wir brauchen eigentlich dringend welches oh, Sonnenkollektor 2 endlich da kann ich die 1er ja wegmachen jetzt und Sauerstofftank T3 geil das ist richtig geil was braucht der denn äh, Aluminium warum und größere Kisten werden auch mal ganz sexy äh, was braucht Sonnenkollektor 2 Aluminium Eisen brauchen die Aluminium nee weiß leider nicht wo ich Aluminium jetzt herkriege das war so ein bisschen Silber ne das war glaube ich so Silbern und aber wir gucken mal vielleicht finde ich ja welches auf jeden Fall mehr Aluminium jetzt mehr, mehr, mehr ich darf halt nicht die ganzen Rezepte verpassen wahrscheinlich kommt jetzt ständig irgendwas rein oh, da vorne ist auch noch was da vorne ist auch noch was abgestürztes aber da geh ich nicht mit keiner Sauerstoffflasche hin ah ah das sehen wir uns gleich an ey, kein Aluminium Eisen, Eisen shit ist das nur weiter weg oder wie oder Eisen wo habe ich das denn gefunden sag mal das Aluminium die letzten Male als ich das hatte was auch ganz cool wäre hätte man so ein Beacon den man setzen kann also kann ich ja aber ich meine dass ich halt automatisch direkt am Anfang schon ja sehen würde wo meine Basis ist das wäre schon ganz cool gewesen fangen wir mal anfang und bieten noch ein bisschen was mit man ja oder ich gehe nochmal hier hoch an das abgestürzte Raumschiff und das andere oh Exoskelett 2 voll gut brauche ich es aber gerade eigentlich nicht wenn ich so drüber nachdenke nee brauche wahrscheinlich auch wieder Aluminium der Quatsch so Kobalt Sauerstoff ja so Nahrung ja Magnesium pack mal da mal mit rein Eisen ist voll habe ich gar nichts für was brauche ich denn eigentlich für eine Kiste nur Eisen hier hin und nennen wir Titan so Darn die Darn hier kein Platz kein Platz Kredium äh Darn und Kobalt ja müsste eigentlich noch eine Kiste machen wenn ich ehrlich bin äh ja komm ist egal so so viel Kram Exoskelett 2 was braucht das oh mein Gott Titan Silizium Aluminium natürlich Sauerstoff Tank 3 ja Aluminium cool jetzt gehe ich mal vor zum anderen Schiff so viele Sachen ich müsste mir eigentlich Notizen machen was wir jetzt bekommen haben ist hier Alu dabei warum ist Aluminium so schwer zu finden bitte das ist doch ein ganz normales Metall leicht Metall das Aluminium ist Eisen ah immer dasselbe Schmarrn hier ich sammle jetzt nichts auf ich renne einfach durch ich hoffe mir das eigentlich nur so vor da geht das mittlerweile immer schneller mit dem dass meine dass meine Vorräte also leer gehen meinen Sauerstoff äh meine mein Wasser und meine Sättigung kommt mir gerade so vor jetzt haben wir nur ein kleines Schiff hier und ein Doppelbett das werde ich sowieso nicht brauchen weil Schlafen ist hier nicht vielleicht kommt das später mal dass man auch noch müde wird und sich dann ausruhen muss schätze ich oh ha was haben wir denn hier alles Magnesium das sind hier Materialien also warum wachsen warum wachsen die hier im Boden ja lass mich durch schnell bitte 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 äh äh so so kommt die Heizung genau so Samen Aluminium 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 Iridium das 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 geil das hat's gebracht Leute es ist ja Aluminium nichts was hier natürlich vorkommt auf dem Planeten sondern ich muss es immer zulegen oder so ich weiß auch nicht warte mal noch ein Chip dafür lege ich dann noch ein bisschen Eisen ab äh hm sieht aus wie die Kindertoilette jetzt hätten die Kinder gehaust äh so ja ja ich weiß das ist nicht so schlimm glaube ich mein Hidrationsniveau also da werde ich jetzt nicht unmittelbar dran sterben meine ich hoffe ich ich meine man kann ja hier sterben dann verliert man alle Sachen aber so wir sind schon bei 28.000 das geht schnell wir brauchen 175 und wie gesagt es geht exponentiell schneller wenn ich die besseren Sachen jetzt bauen kann ah ja ja ich weiß schaffen wir es noch vom Sauerstoff sollten wir oder ne komm scheiß drauf zack 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 alles gut muss ich mir keine Sorgen machen wie das so kum mit den ganzen Planeten hier aber wo kommt das Licht her da vorne ist auch noch einer so dann erstmal Nahrung Essen wieder zurück Sauerstoff gibt es eigentlich gibt es mehr 200% alter Schwede 150 200 wow 150 1,8 1,8 das oder da jetzt geht es noch schneller ach so warte mal die Antenne haben wir alles sehr gut sehr sehr gut aber jetzt mal hier vorne hin wow nicht genügend Energie ach ich dachte es mir schon aber was neue Beteilung erhalten ohne Energie ist klar warte ich muss schnell Magnesium Eisensilizium und Aluminium Cobalt hallo Cobalt und ein Magnesium Perfekt wird noch ein ganzes Stück dauern bis ich die austauschen kann alle komplett da die kleinen Sonnen die Photovoltaik Zellen Bäm Info Strom wieder hergestellt ach mach Sache mach Sache so eine Nachricht was haben wir denn äh was Sträfling GP8971L du hast beschlossen deine Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln wenn du möchtest dass alle gegen dich ausstehenden Anklagen fallen gelassen werden musst du diesen Planeten vollständig terraformieren unsere Sensoren scannen regelmäßig deinen Fortschritt und senden dir die erfolgreichen Baupläne äh erforderlichen Baupläne besuche auf keinen Fall Sentinel Corp zu kontaktieren wenn unsere Sensoren keine Fortschritte beim terraforming Prozess feststellen bist du als vermisst betrachtet und die Anlagen äh Anklagen werden nicht fallen gelassen du kannst kein Eigentum oder irgendwas von Wert auf dem Planeten für dich beanspruchen du darfst nur auf die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden um den terraforming Index zu erhöhen du darfst diesen Planeten nicht verlassen bis das terraforming abgeschlossen ist Identifikation unbenannt Unternehmenseigentum unbeansprucht Bewohner äh Bewohnbarkeitsgrad 0 Sektor Initial Prime und Geschichte unbekannt der Planet Unnamed befindet sich im Sektor Ecitial Prime einem Prä-Zivilisation Sektor der hauptsächlich von Handelsschiffen durchgewehrt wird um zwischen großen Weltraumhäfen zu reisen der Sektor zählt 842 Planeten und 13.511 Sterne und ist 7000 Parsec groß er wurde als einer der möglichen Kandidaten für eine zukünftige Kolonisierung identifiziert das freut mich für euch so war der Silizium Titan Eisen Aluminium oh man hab ich Silizium äh Titan Eisen Aluminium Eisen Titan und Silizium alles Klärchen noch mehr Wärme kann ich vielleicht ein paar von denen so warte Magnesium Eisen ähm Eis bräuchte zwei Silizium Eisen so was soll der Wecktube hier hin ja immerhin 1,2 ne da brauche ich noch viel mehr Zeug jetzt Chips legen wir mal rein Iridium Aluminium ja gut dass ich das hab und Samen wenn die ruhig mit rein zählen so was braucht dann der Beacon Titan Silizium Aluminium warum schon wieder Aluminium ja mal dieses scheiß Aluminium Mensch ah oh ne Innenleiter Verbindungsleiter zwischen Wohnblöcken interessant interessant hier wie gesagt ah warte Eisen Titan Silizium Aluminium Magnesium so warte hab ich jetzt alles Aluminium fehlt noch Titan geil 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 äh hier Saustoff 3 wie lange hält er jetzt 280 oh das ist cool so was macht die Fortschritte eigentlich ne hier ähm das Doppelbett ist mir echt egal ein großer Lagerbehälter bei 50.000 cool ähm so bei 12.000 haben wir einen Nahrungszüchter endlich endlich weg tube 3 sehr schön mehr O2 ein Bohrer Stufe 3 bei 21.000 haben wir fast sogar bei Wärme hab ja echt viel Heizungen und die Bohrer gehen ja auch aber na gut ein Kernreaktor erzeugt Energie die alle Maschinen auf dem Planeten antreiben bei 60 ich hab 8,6 alter wie kann ich denn den Luftdruck verbessern Verbrauch Produktion 10 sind verfügbar den Luftdruck kann ich auch durch hier durch die Pflanzen oder ja Sauerstoff wahrscheinlich will ich nie so Luftdruck aber es geht auch vorwärts geht alles vorwärts blauer Himmel es geht echt schnell gerade guck mal es wird deutlich man sieht schon wie geil Leute der Fortschritt ist deutlich sichtbar ich freu mich gerade ich freu mich sehr so bei 12 haben wir den Nahrungszichter Sauerstoff ähm großer Lagerbehälter perfekte Art um Pflanzen anzubauen und noch 2 zu erzeugen bei 100.000 oha erzeugt Luftdruck äh warte was brauche ich von dem Borat 2 nochmal erzeugt Luftdruck ah ja Eisen und Titan was braucht er denn genau Energie minus 5 alles geht kann ich 2 bauen sogar theoretisch mach ich auch glaube ich aber kein Titan mehr sehr schön jetzt geht es noch viel schneller wahrscheinlich oh geil Borat 3 haben wir jetzt wahrscheinlich braucht er wieder Aluminium ne ja 2 sogar leckt mich doch ok was haben wir auf Stufe 3 dann da haben wir den Bio nur bei 100.000 oh Gott das dauert noch Luftdruck 17 pro Sekunde was ist denn der Borat 2 hier Borat 2 1,5 pro Sekunde das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht alter Schwede Eisen Eisen Titan Titan Aluminium oh man dann brauche ich noch mehr Aluminium warum auch nicht und Eis Obalt und Eis und Titan oh wir sind ja schon weit gekommen eigentlich im zweiten Part will ich mal behaupten oder so ich weiß halt nur was kommt danach was kommt danach Silizium sehr gut auch mal wieder der Nahrungszüchter wir haben ihn Eisen Aluminium Wasserflasche ok das ist gar nicht so viel außer halt wieder Aluminium dieses scheiß Aluminium das verfolgt mich machen wir so Platz für Titan ok noch ein bisschen Kobalt noch ein bisschen Eis dann haben wir es oh ne doch Titan lieber ist klar ich glaube ich werde immer hoch zum Schiff gehen weil da musste noch mehr Aluminium zu holen sein oder da runter in die Richtung waren wir auch noch nicht das mache ich dann mal gehe ich da mal hin so ein Kobalt da kommen zwei behalten wir mal für Luft so ich muss ich muss nicht noch eine Kiste für Eis bauen aber ich kann den großen Lagerbehälter jetzt bald super praktisch so Exoskelett zwei brauche ich eigentlich nicht nee ich meine ich habe eigentlich eh nichts was ich da reinpacken könnte Aluminium Eisen habe ich nicht noch Aluminium nee gerade haben wir nicht hat kein Platz mehr mache ich das mal vor jetzt ist ja auch egal die Kisten sind nur so provisorisch benannt oh nein es regnet wieder Kometen bitte nicht auf meine schöne Basis was wollt ihr von mir hallo also von Riley ich habe es endlich geschafft das System zu finden in das du geschickt wurdest ich habe nicht viel Zeit aber ich werde versuchen dir einige Ratschläge zu geben die Erfolgsquote von Planet Kraft das ist so gering weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist du solltest Weltraumnahrung in deiner Kapsel und vielleicht in Weltraumwracks finden du kannst selber Nahrungsmittel anbauen wenn du die richtigen Voraussetzungen erfüllst versuch also einige Gemüsesamen zu finden Erkundung und Verbesserungen sind von wesentlicher Bedeutung erforsche und verbessere deine Ausrüstung ja um deine Überlebenschancen zu erhöhen ich hoffe diese Nachricht erreicht dich Eisen 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 What mehr nicht nur Eisen Das ist Das ist ja nett Das ist gar nicht mal so klein der Schrank Bitte nicht hier einschlagen oder so Das wäre ein Albträumchen Ops Oh Mann Was mache ich denn jetzt mache ich doch einfach mal hier Eisen hin Eisen Eisen Kein Platz Kein Platz Obald So Titan So Belegen Eisen Die Schränke sind so viel besser einfach mal Obald Na komm legen wir einfach mal alles rein jetzt ist egal bis auf den Sauerstoff Leute mir geht es gerade richtig gut ich habe so viel Zeug gefunden Fein 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 Ich könnte mal bitte Aluminium regnen lassen das wäre mir ein Fest Aber wie gesagt wir gehen jetzt erstmal hier vor Guck mal hier sind auch Kometen runtergekommen man sieht das immer schön 55.000 haben wir schon Ah der Rucksack ist schon wieder ein bisschen zu klein vom Gefühl her könnte ein bisschen größer sein und ich habe schon wieder Hallo ich habe schon wieder mächtig viel Durst gerade und eine Kiste bin enttäuscht bin sehr enttäuscht kein Aluminium wer auch immer auf den Trichter gekommen ist dass man jetzt hier auf einmal Aluminium braucht davon ist eine Kiste hoffentlich ist da was Gutes drin gerade dann ist es so ein seltenes Material da ist Iridium ja häufiger zu finden das hier das hier ne Silizium ach man Leute ich will die Parts auch nicht so lange machen ich glaube das reicht dann jetzt auch schon wieder gleich aber ihr seht ja es geht rasend schnell voran gerade 57 also nächstes Mal haben wir auf jeden Fall dann alles voll würde ich sagen so wie geht es hier noch hin okay viel weiter noch okay ne da gehen wir jetzt mal nicht hin habe ich da eine Karte eigentlich ne der M passiert nichts aber wenigstens noch die Kiste kaputt dass es kein roter Hering ist ihr wisst ja das ist ja Hydrationsniveau niedrig ist gut Hydration ist nicht so schlimm wie gesagt ich kann mir Wasser bauen das Problem ist nur wenn mir die Nahrung ausgeht irgendwann dann brauche ich definitiv diese Nahrungsfabrikatoren und ansonsten gibt es halt keine großen Anlaufstellen es gibt da oben das Raumschiff es gibt da hinten das Raumschiff und ja ich brauche für die Nahrung definitiv Aluminium dieses scheiße Aluminium ich meine ich könnte es auch noch ein bisschen aussitzen wahrscheinlich mit der Nahrung die ich habe aber trotzdem muss ja nicht sein ne oh das Aluminium ich dreh durch gut aber ich bewege uns noch einen Nahrungsfabrikator ja komm schon ich bin so lame hier ach 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 so random steht da auf einmal Aluminium rum das ist so das seltenste Material was du dir vorstellen kannst und auf einmal plötzlich so mitten im Feld als wäre es immer da gewesen das sieht zwar nicht sehr organisiert aus übrigens was ich hier gemacht habe aber mich fährt schick ist meine Station meine kleinere Station einfach luck so machen wir hier hinten erstmal den Nahrungszichter hallo ach ne Wasserflasche ja kann man ja machen mal eben so Nahrung in die Ecke hier oder ne guck mal hier da ist schon oh nein jetzt ist mein Strom wieder weg was Vegetable in Space habe ich bekommen geiler Sandsturm hallo reicht das nicht ach bloß das reicht nicht für die Energie okay das reicht wirklich nicht anscheinend wo braucht der Nahrungsfabrikator so viel Energie hallo jetzt fehlt mir ernsthaft ein Kobalt ne die drehe ja durch die treppe wahrscheinlich woanders hin bauen sollen glaube ich die sind ein bisschen unpraktisch da hinten aber es solls immer noch nicht erzeugt 6,5 du gierige wir brauchen das minus 15 ja das ist schön das braucht die Windkraft Eisen ja komm danke so Samen was nehmen wir denn Kürbiskerne oder Bohnen lecker Böhnchen Böhnchen kriegt denn hier eine Nahrung raus steht da was Wahrscheinlichkeit Samen zurück zum kommen 100% Wachstum 31% das heißt wann kriegen wir was zu essen sagt uns keiner so oh ein Schränkchen ne kann man so schön nebeneinander stellen wollte ich gerade sagen noch weiter an die Wand das ist ein Verbindungsstück deswegen sieht das so kacke aus ich schreibe einfach Nahrung und das ist dann universell für alles auch für die für die Pflanzen hier da war der äh Essen so gilt dann auch für die sauerstoffverzeugenden Pflanzen was soll's perfekt so aber liebe Leute damit würde ich sagen ist dann auch leider schon wieder vorbei der Part ja warte mal wir packen alles hier rüber ich mach nämlich noch einen Schränkchen da hinten in die Ecke so und der nenne ich gar nichts da bleibt einfach blank der Name ist das so kacke aus das sieht richtig kacke aus nee das will ich nicht das will ich so nicht so sieht's doch besser aus äh ja hauptsache die berühren sich nicht das finde ich halt ganz schlimm so Stoffe nein alles raus und da noch Stoffe rein Titan haben wir ja ist jetzt nicht wirklich richtig sinnvoll angeordnet das weiß ich wohl aber ist auch egal Hauptsache es ist irgendwie einigermaßen dass man's findet nee ich werd's wahrscheinlich eh wieder ewig suchen bis ich irgendwas finde aber gut machen wir einfach mal einen Schrank für Kobalt und Eis so schön jetzt aber Leute das war's von den Part ich muss ich könnte hier ewig sortieren wahrscheinlich furchtbar so ich hoffe ihr habt Spaß und hallo ich hoffe ihr seid nächstes Mal auch mit dabei bei Planet Crafter ich werde es wie gesagt ein bisschen weiterspielen ich weiß nicht wie lange aber naja für den Early ist da schon einiges drin deswegen denke ich mal kann man da ein bisschen was zeigen auf jeden Fall danke fürs Zusehen danke fürs Liken und Kommentieren wir sehen uns wieder zu Planet Crafter und was anderem auch auch bei mir auf dem Kanal hoffe ich doch Tschüss